ich lande schon wieder ein blasting sizer skyline 226 das ist auch nix mal sehen da guckt der server über sniper point battle das kann man auch mal machen ist ein bisschen über die hälfte der punkte je nachdem wie viele punkte es da gibt gibt es ja verschiedene punkte verteilung mal mit 20 mal mit 50 punkten von daher nächste mal ok anscheinend hat er ein aimboard das ist das problem das dauert bei der waffe immer recht lange so entweder ist ein jing's high gps sniper oder irgendwas ist bei dir in der 20 zu 10 und 19 zu 15 so alles ok meine eigene leistung natürlich unter aller sau aber eine runde würde ich dann doch gern noch probieren je nachdem hat man da schon ganz guten stand alles klar ein trainer ich glaube ich es geht habe ich dafür die richtigen war eigentlich nicht dafür ja die falschen waffen naja gut es geht da müsste ich eigentlich mit der p90 reingehen sonst ich habe eine aber auch alles abbekommen wahrscheinlich doppelt gas und smoke und grüne smoke ja an die fans ok Das ist mein Glück hier. Das hatte ich mir das so geblüht. Das hat mir nicht das hat mir was ist das 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 ist das Also... Erstmal kommt keiner. Ich muss echt warten bis einer... Wo haben die Schüsse denn noch her? Die kamen ja aus allen Richtungen. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, wo ich stehen... ...muss. Wenn ich da das... ...könnte ich wahrscheinlich... ...das hier sehr gut im Blick behalten. Mit der Fire bist du natürlich echt... ...das ist ja auch im Moment... ...während. Hm. Er lebt noch. Nee, jetzt ist er tot. Das ist blöd. Ich hab den getroffen. Ich hätte jetzt gerne nochmal die Killcam gesehen. Ich hab den nämlich getroffen... ...mit Anzeige, dass ich den getroffen habe. Das kannst du mir nicht erzählen. Okay. Der ist um die Ecke gehüpft. Das heißt, er müsste... ...doch nicht. Okay. Okay, versuch ich's mal... ...könntest du dich bewegen, du tot Blödmann. ...denn... 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 ...der war vielleicht die falsche Wahl, aber... ...denn... ...denn... ...dass Sie machen da. Okay, ich bin der... Das Schwein gegen... Was waren das noch? Drei Leute. Hm. Da haben sie sich mal eine coole Nummer ausgedacht. Wie das da ausgehen kann. Gibt ja bestimmt drei oder vier Varianten. So wie das aussieht. Hm. Achso. Maches. Maches. Cape and Glass. 10 times. Zehn Spiele. Glass. Moment. Party. Glass. Hexa. Glass. Leak. Suche ich mal hier. Müsste ja eigentlich auch welche geben. Jetzt ist die Frage, ob man da einsteigen kann. Ja. Dachte ich mir. Irgendwelche Party. Aber. Naja gut. Das ist jetzt nicht so. Hm. 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 Kann man eigentlich schon die Meldung seit zwei Stunden spielen? Keine Ahnung. Oh, jetzt fällt mir gerade ein. Ich hab meinen. Stream noch nicht. Umbenannt. Und da ist jetzt unter Heroes of the Storm. Na da. Okay. Da ist ein totaler Rookie. im anderen Team. Mal den hier. Was ist mit denen los? Gleichzeitig. Mist. Ich hab dafür nur zehn Punkte. Hm. Schade. Schade, schade, schade. Oh, nee. Nicht die Nummer. Natürlich. Man muss weiter vorne sein. Schlecht. Genau da ist, wo man es sein musste. Hm. Stimmt. Nein, ich find's ja auch noch. Das ist natürlich. Ganz leere gesprungen. Sehr interessant. Rückzugstechnik. Hm. Ah, Moment. Das gibt mir da mal irgendeine. Na gut. Farmer, sowas soll's. Das können wir auch. Oh. Das war blöd. Das war blöd. Achso, jetzt kommt ja die Nummer. Ich die da nicht. Na also. Also. Wo? Durchgestrichen. Boah. So nervig. Ah, da kommen die. Oh, oh, oh. Da muss man auf die Augen achten. Sag mal, war das jetzt im Ernst? Jetzt fängt es an, schwierig zu werden. Jetzt kriegen wir dasselbe mit dem Wackeln. Das Schöne ist, du musst nur weit genug vorne stehen, dann kannst du das Wackeln austarieren. Ne. Ne. Ich bin da durchgekommen. Da kannst du mir nichts erzählen. Die geht zurück. Das ist echt unglaubwürdig. Die geht nach vorne, zieht hoch und schießt und trifft. Oder sie drückt einfach nur so ab. Was ist das? Boah. Also.